So, und da sind wir dann oben. Ich bin ehrlich gesagt am gespanntsten, wie Chloes Zimmer aussieht. Beziehungsweise, es ist ja nicht Chloes Zimmer, aber naja. Leer. Leer und unbenutzt. I never heard much about William's brother. Hi, Bill. Sorry for not staying in touch since the accident. Work has been piling up and I'm being sent to Salt Lake City to oversee a new parking lot. You have to go where the work is these days. I wish I could have sent you a bigger check, but you know the story. Money is nobody's favorite thing. Maybe I'll see you next spring for a visit. Kiss Chloe and Joyce for me. Hang in there, Billy. Your brother, Aaron. Schoes. Chloe always did love stomping around in her boots. Toys? I kind of want to open this and see what's in here. Ja, dann mach doch. Hopp. Ich will auch wissen, was drin ist. Noch ein Brief. Too bad Joyce and William can't get any help from the Prescott Foundation. Dear Joyce, Thank you for keeping me updated on Chloe's condition. I can only imagine the struggle you and William are going through. I'm so sorry that I can't help you with a loan at this time. Like everybody else, I'm underwater with my own medical bills. Please give Chloe a hug and my best wishes. Love on Dorothy. They bought crutches for Chloe. Hoping she might walk again. Oh, no. Was ist da noch? Poster. A blue butterfly? I'm sure this is a total coincidence. Ein flower Schmetterling, wie den, den wir in der ersten Episode ganz am Anfang fotografiert haben. Hier kann ich gar nicht reinschauen. Hier ist noch was. I guess we stopped growing up together. I'm still overwhelmed by this new reality. And I feel so guilty for putting Chloe and her family through this. I could give Chloe the choice of keeping William alive, but that would be cruel. But then I see that they're a family again. And who am I to judge? Ich frage mich nur, was schlimmer ist. Dass der Ring tot ist oder dass die Chloe im Rollstuhl sitzt oder gelähmt ist oder wie auch immer. Es ist beides wirklich furchtbar. Aber vielleicht ist es fast besser, wenn der William tot ist. Ich glaube, es hat sich noch mehr nicht geändert, aber... Und die können jetzt einfach in das Schlafzimmer gehen. Look at them. They have no idea what's in their future. That is such a sweet shot of Chloe. I wonder who took the picture. Superdad, be the family hero, Dr. Bill. Natürlich schauen wir uns wie immer erst um. Bevor wir mit... Bevor wir mit Joyce reden. Lese ich das jetzt oder nicht? Ich habe es mal überflogen. Wer es ganz lesen will, äh... Pause drücken. Joyce sitzt einfach mal hier neben uns, während wir hier einfach mal die Schubladen durchwühlen. Oh, Joyce ist ja nicht so, dass die Schubladen in der Schubladen durchwühlen. Good morning, Max. Oh, you and Chloe sind so viel quieter now, als wenn du als Kind warst. Ich erinnere mich. Es ist schön, dass du wieder in deinem Haus wohnst. William und ich lieb. Ich habe es endlich gesehen, dass du und Chloe zusammen zusammen, nach all diesen Jahren. Nach dem... Erinnere mich. Ich muss dir sagen, wie viel ich liebe, dass du und William zusammen zusammengefasst hast. Er hat so ein Hörger durch all diese. Chloe und ich, wir sind Glück, dass wir ihn haben. Williim ist noch das gleiche? Nach... ... alles, was passiert? Für besser und für schlechter. Aber immer für die bessere. Ich... Ich habe nie gedacht, dass ich einen Mann so sehr lieb, dass ich nicht die Leben ohne ihn kann. Es klingt komisch, ich weiß. Du regalst, Joyce. Scheiße, Dinge wäre anders, wenn ich so. Ich mag, wie du denkst, kid. Wie gehts du, Joyce? Ich mache das beste, Max. Ich will nicht sagen, es ist schwierig, aber... Niemand hat gesagt, dass Leben einfach hier in Arcadia Bay war. Also... Was denkst du hier, mit all diesem... Eco-Havoc? Vielleicht Arcadia Bay will einfach nur bleiben, alleine. Ich weiß das Gefühl. Honestly... Ich gebe nicht zu viel außerhalb unserer Haus. Ich schluss dich nicht, Joyce. Except... jetzt haben wir die Böse und die Böse in der Böse. Also, vielleicht sollte ich mich interessieren. Für Chloe. Plus... Sie müssen auch arbeiten. Ah, Bill und ich haben keine Zeit für uns selbst. Wir arbeiten mehr als wir leben. Ich habe sogar eine Part-Time-Gig in Pan-Estates. Ugh. Sie wissen die Prescott? Ich weiß, dass Sean Prescott nicht so glücklich sein wird, bis er alles in Arcadia Bay hat. Bleib von seinem Sohn. Nathan. Sie wissen jemanden, David Madsen? Er... ...might hangen an den zwei Welten. Na ja, das war random. Ja, er ist ein Bus-Driker. Er kommt manchmal. Er kommt manchmal an. Cute, quiet. Warum? Oh, um... Ich war... Ich war einfach... ...hierig. Sie waren immer. Schön, dass alles nicht verändert. Ich wünsche mir, dass ich eine bessere Freundin war. Ich weiß, dass Chloe nicht viele Besucher bekommen. Oh, Max. Sie sind Chloe's beste Freund für eine Worte. Sie sind hier genau an, wenn sie dich braucht. Wer hilft Chloe, wenn Sie alle arbeiten? Wir haben eine Reihe von Revolver-Nurten und Kea-Takers. Chloe ist immer noch Probleme, selbst wenn sie nicht bewegt. Max. Chloe ist nicht verbessert. Sie ist sehr schwer, und sie... 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 Sie wissen, was ich sagen? Oh, Joyce. Ich bin so sorry, dass du all das überrasst musst. Schade oder gut. Ich begrüße jeden Moment mit meiner Frau und meiner Mannschaft. Das bedeutet, dass wir eine Familie sein müssen. Und wir werden immer noch eine. No matter was. Ich besser zurück nach Chloe, jetzt. Es ist gut, mit dir zu sprechen, Joyce. Du auch, honey. Hier kann ich immer noch nicht rein. Wie geht es dir, Tagesripper? Es ist lustig. Ich glaube, ich sehe mehr. Hier ist es. Jetzt guckt mal noch gerade, welche Bilder ich noch brauche. Ach, das war falsch. Ein Fenster. Das sieht eigentlich aus, als ob ich es hier schon aufnehmen könnte. Eier im Nest, einen Haufen Steine oder so. Das könnten vielleicht Schwäne sein, Fußspulen. Hm. Schön nochmal Licht aus. Das ist ja ordentlich. Das sieht eigentlich aus. Moment. Da ist auch so ein komisches Teil und das Fenster geklemmt. Das sieht eigentlich aus, als ob es hier so ein Pokal oder eine Vase sein könnte. Aber ich kann hier nichts machen. Egal. Gucken, ob ich hier noch irgendwas machen kann, was ich übersehen habe. Kann ich hier rausgehen? Ne. Ah doch, hier ist offen. Car Keys. Ja. So ist das. Ich bin froh, dass Chloe eine Runde mit einer Vase bekommt. Oh Mann. Oh Mann. Die Runde ist weg. Jetzt ist das. Es war so schwer für Chloe, als William es aufgenommen hat. Chloe hat tatsächlich bewegt unsere Schilder, so dass sie sie sehen können aus ihrer Runde. Oh, Chloe. Warum auch nicht? Die Wale strahlen ja auch weiterhin. So, dann gehen wir mal zurück. Es ist so furchtbar.